Vorsicht! Geh Geh Hey Liz Lys! Papa, wo sind Mama und Leon? Da rechts! Sie, Sie sind schon draußen! Nein, da rechts! Na, das sind zwei Kerle! Ist mir doch egal, war ja auch nicht klar! Na, nach ihr, Mutter! Die Junge, der hat pinke Schuhe! Also, was ist das denn für ein Kerl, Alter! Das stimmt. Ja, das ist normal, das nehme ich nicht mal. Nee. Kann man nicht mal untersuchen? Nee. Wie kommen wir hier raus? Mach die Physik in dem Game. Aufzug ist da vorne. Hoffentlich funktioniert er noch. If you know what I mean. Zwei Mal, drehen wir um hier. Was geht? Was geht? Natürlich! Du bist nie leer. Du bist natürlich aus dem Weg. Wollt das Sie hier waren... Was ist ja hier! kratscht auch gar nicht alles ich hab's gewusst jetzt kommt eine Katze ja wenn wir in den Vormspielen alles wird gut Lissi du du kommst wieder in Ordnung Papa wir sind fast da das ist auch wieder Wein Lissi 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 der Strom rrrr 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 Sie ist schon tot, schießt sie rrrr 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 rr Oh, tut mir leid, Daddy. Ich glaube, wir sind hier drin, nicht allein. Helen, nehmen Sie die Waffe. Halt Sie sich auf! Ja! 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 Oh, gut. Ich weiß nicht, wie man das macht. Du hast, und erst mal hast du unendlich Schuss, das ist... Ich rede mir immer um, die Zohnung. Oh. Oh. Hier die Kuhi. Ja! 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 Nein! Ja! 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 Das ist wohl unser Signal zum Aufbruch Ja, ich bin völlig weg Dann los Leon, es ist zu spät Wir können nichts mehr tun Sie haben recht Verschwinden wir von hier Oh, hier sind wir gerade noch Mit Muni, ja? Ja Kann ich eigentlich Munition geben? Ich hätte mich mal losieren Nee, geht nicht Schade Er sagte etwas von einem Nebel Wenn dieses Ding gasförmig war Infiziert man sich schon durch bloßes Einatmen Das hieße Alle auf dem Campus Ja Aber warum ist es dann so still? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl Kann man den Nahkampf tödlich machen? Ja, dann war der kurz Ja, dann war der kurz Sollte... Ach Gott Muss... doch... Das ist mir aus dem Ziel, um das ausgärtlich normal zu bewegen Ja, ich bin zur Weihbe-König Ja, fang mal an Das kann man gar nicht machen Oh, das wollte ich nicht Alles Hände nach Schuld Man kann sie in den Nahkampf töten Wie kann er noch leben? Wie heißt die halbe... Die halbe Gehörner nimmt das weg Die halbe Gehörner Die Halbe-Kraut Die halbe Gehörner nimmt das weg Fähigkeitskonto, cool Kannst du nicht mehr lang? Mhm Das gibt kein anderem Weg Der hätte sich schon so angesprungen Ja, dann geht das Ja. Troll. Ich zieh ins Messer, weil ich denke... Das Problem ist, das Spiel ist, glaube ich, eh nicht zu survival-lastig. Nein, gibt es nicht. Sehr schön. Der eine zuckt auch noch. Schade. Soll ich das Königroll wieder mitnehmen? Nehmt ihr es mit? Du hast noch Platz. Auf jeden Fall. Äh, wir finden auch gleich genug Rote. Ich weiß gar nicht, wie immer der Verdammte ist im Metall öfter, richtig. Äh, mit Y. Dein seh ich gar nicht, ne? Ne, 19 sie nicht. Das Schöne ist, der Loot ist diesmal getrennt. Das heißt, das was mir droppt, droppt die z.B. auch nicht. Dass wir mehr Fähigkeiten punkte trocken, ich könnte die Munition droppen oder so. Diesmal völlig anders. Ich darf ihn hier reinnehmen, muss ein Rotes gefunden. Und kombinieren und zack, zack. Gibt es nicht wieder das gelbe Kraut? Ne, gibt es nicht. Autsch! Kack. Hinter dir kommt einer. Ja. Wenn du übrigens LT und RT schnell zusammendrückst, macht der so einen... Ja, einen schnellen Schuss. Einen schnellen Schuss, genau. Ich nehme die Munition mit aber die Panate. Ich muss noch mal alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Ligert. gehabt ja wirklich ja sie müssen zum sicherheitstor um den campus zu verlassen hier oben liegt munition da am automaten nachdem den des com heute das ger